Hallo und herzlich Willkommen liebe Retro Gaming Maniacs zu einer neuen Ausgabe von It's MS-DOS Time und ihr wollt es ihr kriegt es noch ein Game in CGA4 Farb Grafik und weil ich gesehen habe dass es eben auch Summer Games 2 in der MS-DOS Version gibt muss ich das doch unbedingt mir auch mal anschauen das kam tatsächlich sogar vor Winter Games für MS-DOS raus nämlich 1986 und ja hier sehen wir direkt schon das Menü ich möchte gerne in allen Disziplinen versagen ich muss sagen ich habe Summer Games 2 echt schon lange nicht mehr gezockt ich habe irgendwo da hinten das C64 original sowohl auf Tape als auch auf Disc und auch die Anleitung aber ich habe die Anleitung nicht gelesen und ich weiß gar nicht ob ich das ein oder andere noch hin kriege es ist wirklich schon ganz schön lange her dass ich das mal gespielt habe ich möchte gerne in allen Events versagen deswegen wirklich mal compete in allen Events ne war so enter my name passt das komplett passt sogar Wattenland nehme ich Germanien ist natürlich hier anwählbar also nehmen wir das auch ne natürlich wieder schön in Bipass-Sound Manier wir sind alleine das ist korrekt yes hier sehen wir mal die Eröffnungsheremonie wie sieht ähnlich aus wie bei Winter Games schön kennt man von Winter Games natürlich und ich würde sagen geht mal los die erste Disziplin okay Triple Jump oh hoffentlich kriege ich das nochmal hin wie war das noch rechts rechts links 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 rechts links 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 oh scheiße ich habe ja drei Versuche zum abkacken so scheint bei Dunkelheit statt zu finden oh hier die Musik ich glaube man muss den Feuerbutton immer drücken zum Speed aufbauen wenn ich mich nicht irre oder rennt er von selber los ich muss noch mal gucken ich glaube ich muss immer Feuerbutton drücken ich bin mir aber nicht sicher ja kann sein dass ich dann schneller bin was dann rechts rechts links nach Scheiße ich sehe schon nochmal probieren ob der rennt hier fast von selber ja rechts 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 ist falsch ich meine das war rechts rechts links Scheiße jetzt muss ich was machen sonst bin ich hier kaputt ne also es ist nicht Game Over aber äh fail mit null Punkten kommt oh maniac rechts 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 links ja ich lande bei 16 meter 30 das nicht animierte Volk tobt ja ich habe nicht total gefällt immerhin ja da gehe ich mit einem mäßigen Ergebnis vom Platz ne aber es reicht für Gold weil ich bin ja alone gut weiter geht dat Rudern das ist ja wie Eischnelllaufen glaube ich einfach im Rhythmus bleiben wollen wir mal schauen keep rowing 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 ich bin unten ach dieser beeper sound herrlich okay dann pressen wir mal den Button ich hoffe ich kriege hier einigermaßen was gerissen ich komme irgendwie so überhaupt nicht von der Stelle kann das sein immer schön in Rhythmus bleiben wichtig ist dass man hier nicht stark rödel rüttelt das ist nicht so wie bei Decathlon wo man da ja so richtig wiggeln muss okay ich habe es aber geschafft in Führung zu liegen ja die Animation und so das ist alles auch wieder Töfte hier das ist grafikmäßig ist es schon so fast C64 like nur die Farben sind halt weniger und der Sound ist aussperrlicher aber von der Steuerung es ist auf jeden Fall spielbar bis jetzt so was kommt jetzt erst mal die Goldmedaille next Disciplinum hochsprung alles was irgendwie hochsprung ist Stabhochsprung oder Normalhochsprung sind meine Hassdisziplin ich kann die einfach nicht ich sehe mich hier schon so richtig fehlen 1,50 Meter ja ich möchte gerne loslegen ach geht schon los hallo ähm ähm äh wie jetzt ja schön gerissen das wird nix Leute ich kann ja irgendwie ah ja ich kann auch näher ran oder weiter weg aber ich komme irgendwie nicht auf Speed und wenn ich dann drücke zum Abspringen kriege ich die Schocke nicht weg und reiße die Stange runter das wird 0 Punkte irgendwie raff ich es gerade nicht ich hatte das Gefühl am C64 konnte ich es besser es ist auch schon wieder scheiß lange her die Schocke ich hasse es nicht immer irgendwie alles im letzten Versuch ich hab's irgendwie gepackt das war's wahrscheinlich auch höher geht nicht 1,75 ja nee ist klar ähm ich werde so verkacken ja drunter hergesprungen glaube ich sogar wie willst du denn hier an Höhe und Speed gewinnen weil eigentlich ich muss doch glaube ich nur rechts halten um Speed aufzubauen aber irgendwie äh ich bin doch schon wieder drunter her oder was naja wird wohl bei den 1,50 bleiben na gut dann ist halt halt so ja weil wenn ich immer so nach rechts mache dann komme ich nicht wirklich auf Speed und werde zu langsam ich glaube die Höhe war gar nicht mal so schlecht ausgeschieden ja kriege ich halt mit 1,50 m Gold ich wette hätte ich jetzt hier einen Mitstreiter dann wird das wahrscheinlich da bei ihm ähnlich aussehen gut oder ihr je nachdem wer mitspielen wollen würde aber drei Goldmedaillen nicht völlig verkackt please wait oh Sperrwurfen äh werfen das ist eine meiner Lieblingsdisziplinen hier ich glaube hier muss ich auch immer Feuerbutton drücken und dann rechtzeitig nach links ziehen und dann loslassen ne okay probieren wir dat so richtig Speed baue ich aber nicht auf ja und ich glaube ich habe Meter verschenkt jetzt schon ruckel 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 aber der fliegt besser als ich dachte oh das sieht gar nicht mal so schlecht aus über 80 m mit dem ersten Schmiss oh das ist ja gar nicht mal schlecht das ist ja fast rekordverdächtig nächster Versuch ja Sperrwerfen mag ich noch gib ihm bitte ohne was zu verschenken ja ich habe schon wieder Meter verschenkt ich traue mich auch nicht noch einen Schritt weiter zu machen oh der geht steil hoch der kommt wahrscheinlich zu früh wieder runter der wird unter 80 liegen oder ja ja der kommt unter 80 aber nicht weit macht Spaß also spielen kann man dat ne das lässt sich gut steuern muss ich sagen letzter Versuch oder reicht einfach den Feuerbutton gedrückt halten ne ich glaube nicht wirklich ich bin mir nicht sicher ja der könnte nicht schlecht sein das könnte der beste Wurf sein das sieht nicht schlecht aus das sieht überhaupt nicht schlecht aus das könnte besser werden als der letzte wa jau leicht besser leicht besser als der erste Versuch sehr schönes Ergebnis ne aber kein Weltrekord da könnte man natürlich noch mal gucken was hier die Weltrekorde sind falls das hier irgendwie gespeichert wurde ich habe keine Ahnung so ach das war doch hier mit dem Gaul oder oh das raffe ich überhaupt nicht ach du scheiße so sieht das hier grafisch aus oh das konnte ich noch nie ich habe keinen Plan wie das geht ich könnte ja mal die Anleitung lesen aber ich bin einfach zu faul sagt eigentlich hier die Beschreibung irgendwas ähm da steht was zum Fechten you must use up to increase speed and fire or right to jump aha ist ja noch nice das hier so eine kleine up also nach oben um Speed aufzubauen das wird sowas von in die Hose gehen okay oder muss man aber weit vorher absch- ja danke steig auf da auf den Kakaul da Speed Neckbreaking da weigert der mir einfach das hör mal wenn du nicht als Pferdebulette enden willst ne dann solltest du jetzt hier drüber springen und mich nicht abschmeißen du Kakaul was habe ich dir gerade gesagt was du nicht sollst ich kann nicht rückwärts ja toll ich kann nicht umkehren Dreck ja schön ich sehe mich disqualifiziert weil dieser dumme Gaul einfach keinen Bock hat mich rüber zu lassen ohne mich abzuwehren das ist doch ist das ist das denn mal wahr jetzt ja sag mal willst du mich veräppeln du Drecksvieh ja das sieht ja richtig schön scheiße ja dreh doch um du meine Fresse ja ich habe mich schon stürzen sehen disqualifiziert komm zur Ehrenrettung du Mistvieh was mache ich denn hier falsch ich kann das überhaupt nicht aber ich glaube ich bin nicht der Einzige in der dieser Kackdisziplin mal sowas von wieso ist denn der jetzt aus dem Stand darüber gesprungen sag mal du verarsch mich doch machst du doch oder kehr dreh um doch Drecksvieh oh muss ich jetzt wirklich noch bis zum Ende mit diesem jetzt verweigert der mir schon wieder den Absprung du bist doch ein du also dich verkaufe ich an den nächsten Metzger das hast du gehört ne spring oh ich bin nicht durchs Ziel geflogen ein Wunder alter so eine scheiß Disziplin disqualifiziert ja nee ist klar und jetzt ich hoffe es geht weiter das sah ja so komisch aus mit dem blinkenden Cursor ich denke so sind wir jetzt raus ganz aus dem Game komplett disqualifiziert gibt's doch normalerweise nicht bei Summer Games 2 da kommt die nächste Disziplin die ich nicht raff fechten kann ich auch nicht ach du Scheiße aber das Game funktioniert ansonsten ja tadellos auf welcher Seite bin ich denn press your button ich bin dann wohl links kann ich mich auch bewegen und wenn ja wie kann ich das ich hab grad überhaupt keinen Plan warum ich hier nicht irgendwie vernünftig agieren kann jetzt bewege ich mich ja schön ich verliere gegen einen Druiden weil ich es einfach nicht gebacken krieg ich würde mich ja gerne bewegen geht aber nicht ich frage mich ja auch in welche Richtung muss ich denn meinen dummen Degen bewegen ich kann mich hier nur so bewegen da so ein bisschen rumtütteln mit der Nadel ne aber mal selber irgendwie so Attack geht ich kann irgendwie nicht ich kann mich nicht zu dem hinbewegen das ist nicht in der Möglichkeit ich füchel hier mal einfach so wild mit dem Stick ich kann keinen Schritt nach Hits Nullify Nullifiziert Warning Nearing Piston Limit Ende der Startrampe da hab ich auch mal irgendwie schon wieder genullifiziert ich raff den Scheiß nicht ich glaub die Disziplin hab ich auch meistens ausgelassen genauso wie Pferderennen dann bleibt am Ende nicht mehr viel übrig Hit awarded to two maniac ja ich fass es nicht das muss ein Versehen sein ich hab dat Vieh getroffen ich ah ey der läuft als wenn er in ne Hose geschissen hätte Füchel die Füchel die Füchel also grafisch kackt das jetzt schon gegen die C64 Version ziemlich ab aber die Steuerung ist glaube ich genauso komisch wie auf dem C64 das heißt das steht dem im Nichts nach ich füchel hier einfach mal so ein bisschen blöd in der Gegend rum ich hab keine Ahnung was ich da mach da hat jeder mal geht das jetzt echt noch zwei Minuten und zwölf Sekunden das ist eben auf jeden Fall keine Disziplin die man zu viert spielen sollte weil dann wird man ja nie fertig hätte ich das gewusst dann hätte ich das ausgelassen äh tu doch was man ja zum Beispiel Punkten ja es ist wieder Luck over Skill ich komme also wenn ich den Feuerbutton gedrückt halte dann kann ich da irgendwie mich bewegen füchel füchel ach gegenseitiger Treffer immer noch knapp zwei Minuten oh man war mir nicht wie ich das mache Tadadadadadadadadadadadada Gedrückt halten. Bewegen. 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 Und nah unten. Und nochmal ein Treffer gelandet. Ich bin besser als ich dachte. Ich hoffe, das zählt hier ordentlich. Drücken. Näher kommen. Glück haben. Treffen. Jawollo. Ich gehe in Führung. Oh, ich habe zuerst fünf Dings gedingst. Treffer gelandet. Ich habe gewonnen. Das hätte ich überhaupt nicht für möglich gehalten. Dabei mag ich diese Disziplin überhaupt nicht. Das war... Das war Luck over Skill. Final Standings, Tomaniac. Genau. Jo. Können wir da mal fortfahren? Ich glaube, hier kam noch Radfahren, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Und Kajak, oder so, ne? Score. 8000 Gold. Na. Was? 8000 Punkte habe ich geholt? Oder was soll das jetzt heißen? Alderfalder. Zykling. Ja, genau. Da musste man ja irgendwie immer diesen Pfeil folgen beim Joystick-Drehbewegung machen. Okay, so sieht das hier aus. Ja, also die C64-Version sieht hier natürlich richtig geil aus. Da hat das hier keine Chance. Und ich glaube, auch da, die C64-Version kam ein Jahr vor der MS-DOS-Version raus. Wo man sich ja wieder die Frage stellt, würde man es kaufen? Ja, vielleicht, wenn man kein C64 hatte. Und dann, dann würde man enttäuscht sein, wenn man doch die C64-Version gesehen hätte damals. Press hier the button. So, ich, ich kreise einfach. Äh, genau. Ich muss den Pfeil mitnehmen. Und jetzt muss ich diese kreisenden Bewegungen irgendwie mit dem Pfeil mitnehmen. Was super nicht klappt. Röd, 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 röd. Ich kriege ich mal, ich bleibe, irgendwie kriege ich meinen, verliere ich den Rhythmus zwischen. Ich glaube, so werde ich keine Schnitte haben. Weil ich wieder mal nicht in der Lage bin, diesem Drehpfeil vernünftig zu folgen. Boah, Kopf an Kopf losen. Komm mit, du scheiß Pfeil. Du musst wirklich hier voll im Rhythmus bleiben. Ansonsten hast du da mal schnell keine Schnitte. Bin schon wieder kurz am Geschwindigkeit ablosen. Mann, wo ist das Ziel? Boah, das war aber ganz schön knapp. 40,5 gegen 40,7. Irgendwie habe ich es doch gebacken gekriegt. Boah, das war eng. Das sollte Gold bedeuten? Natürlich. Ja, dann haben wir noch eine Disziplin. Kayaking. Oh, da weiß ich jetzt auch gerade gar nicht mehr, wie das geht. Ich habe Summer Games 2 echt schon so lange nicht mehr gespielt. Unbelievable. Whitewater Kayaking. Wow, diese Farben. Ich finde, dass das bei Winter Games schöner ausgesehen hat. Press Button to Start. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wie gebe ich denn Schwung? Ach so, Hebel nach vorne. Ja, und da bin ich gerade schon voll am Abtreiben, ne? Boah, hier gegen die Strömung anzukommen ist aber auch so ein Ding von einer Unmöglichkeit. Kann ich eigentlich irgendwie was mit dem Feuerbutton machen? Nee. Die Frage ist, muss ich da vorwärts, rückwärts? Ja, ich, ich will, ich kann rückwärts fahren. Okay, und ich müsste hier vorwärts... Ich komme gegen diese verfickte Strömung nicht an. Ich komme da nicht gegen an. Ich kann hier so viel rückwärts machen, wie ich will. Oh, meine Fresse, ist das eine Scheiße. Scheiße. Ey, ist das auf dem C64 auch so scheiße? Weil wenn ich einen Feuerbutton drücke oder so... Weißt du was? Ich, ich habe mich hier gerade voll verkeilt. Komm, leck mich am Arsch. Hier, das Tor 6 muss man rückwärts durchfahren. Ist mir geil. Ich, ich, ich habe überhaupt nichts mehr gemacht. Ich komme die Strömung nicht hoch. Ich habe überhaupt keine Chance. Das geht nicht. Ich kann mich hier noch so anstrengen. Ich mache, ich mache alles falsch. Ich kriege überhaupt nichts hin hier. Und der Feuerbutton bringt auch nichts, ne? Ja, warum sollte das auch klappen? Hier musst du rückwärts durch, Trumaniac rückwärts. Äh, ich habe das Gefühl, die Strömung ist hier viel stärker als auf dem C64. Ich habe überhaupt nicht den Hauch einer Chance, durch dieses verdammt verfickte Tor zu kommen. Ich habe, ich habe gerade beschlossen, die Schnauze voll zu haben. Leck mich am Arsch. Dann werde ich halt disqualifiziert. Ist mir scheißegal. Ich kriege nichts, ich kriege, ich komme durch kein Tor vernünftig durch. Nichts, nichts kann... Das ist voll zum Vergessen, die Disziplin, ey. Ich habe nicht den Hauch einer Chance. Mit der Feuerbutton macht ja überhaupt nichts. Ja, komm, dann disqualifizier mich doch. Da musst du auch rückwärts durch. Kannst du vergessen. Ja, ja, ja. Wo der Wille ist, ist auch kein Weg. Oh Gott, ich sehe das Ziel. Yay. Hey, was ist denn das für eine Scheiße? Successful. Okay. Hä, wie habe ich denn die letzten Gates Successful gemacht? Ne, ach, das ist Gate 1, 2, 3. Und ich bin Successful durchs Ziel gefahren. What the fuck? Ach, du Scheiße. Ja, also, das war ja mal richtig für den Arsch. Immerhin. Ich bin durchgekommen in 5 Minuten 49, weil ich 1000 Strafsekunden gesammelt habe. Ja, also, das ist hier wirklich überhaupt nicht gut spielbar. Ich habe leider nicht mehr in Erinnerung, wie die C64-Version war. Vielleicht sollte ich die einfach auch nochmal wieder spielen. Ist schon verdammt lange her. Ja. Ja. Finale Standings, aber mit 7 Goldmedaillen gehe ich da mal als erster durch, würde ich vermuten. Ich glaube, da kommt jetzt noch die, äh, hier kommt eine Schlussfeier. Tatsache. Hier kommt eine Abschlussfeier. Die müsste im Idealfall auch alles haben, was die C64-Version hat. Genau. Der Rocketman. Genießen wir den Abspann. Tja, das war eine weitere Ausgabe von It's MS-DOS-Time. Und ich freue mich sehr, dass dieses Format bei euch richtig guten Anklang findet und ihr da anscheinend auch voll Bock drauf habt. Das zeigen die Klickzahlen. Ich bin hoch zufrieden mit euch. Ich habe aber ehrlich gesagt auch richtig Bock drauf auf das Format. Genauso wie ich Bock drauf habe, ähm, das, äh, Windows 95 bis 98 Format hier zu machen. Äh, zumal ich da eben noch einige Sachen bei mir im Regal habe, die zum Teil immer noch eingeschweißt hier stehen. Seit 20 Jahren oder länger. Wo ich mich frage, ob das Zeug heute noch läuft überhaupt. Ich hoffe, ich kriege das mit PC-EMU ans Laufen. Hier nutze ich ja jetzt, äh, Exodos. Genau, sogar das Feuerwerk klappt. Ja, und bis jetzt lief das hier alles ganz wunderbar. Und ich habe noch ein paar CGA-Games rausgekramt. Aber, äh, ich will nicht nur CGA-Games zeigen. Aber, ähm, der Wunsch war da nach mehr. Und ihr sollt mehr kriegen. Äh, vier Farbgrafik. Aber anderes kommt auch, wo ich einfach mal Bock drauf habe, mal reinzugucken und zu schauen, wie sieht denn die MS-DOS-Version aus. Beziehungsweise so beim Durchbettern habe ich gesehen, so nach dem Motto, was, da gibt es eine MS-DOS-Version von? Das wusste ich ja noch gar nicht. Also, runtergeladen schon mal. Kommt demnächst alles. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich hatte auf jeden Fall Spaß beim Zocken, auch wenn ich nicht jede Disziplin so gemeistert habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Ein Wunder, dass ich beim Fechten einigermaßen zurechtgekommen bin. Ja, wie gesagt, ich hatte Spaß. Ihr hoffentlich auch. Und wenn ja, dann Liken nicht vergessen. Kommentieren immer wieder gerne. Noch geiler wäre es natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr nicht sowieso schon Abonnenten seid. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einer der nächsten Ausgaben von was auch immer hier wieder. Also, bleibt mir treu. Empfehlt mich weiter. Ciao. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Euer Tomaniac. zu��고. Für jobs.